Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilbi-Team und ich beantworte dir heute die Frage, wie du deinen Kunden und Kundinnen digitale Artikel zur Verfügung stellen kannst. Dafür musst du fünf Schritte durchführen. Als erstes musst du einen Cloud-Speicher mit Bilbi verbinden. Anschließend musst du die Datei, die du deinem Kunden oder deiner Kundin zur Verfügung stellen möchtest, mit einem Artikel verknüpfen. Jetzt musst du noch das Kundenportal aktivieren und anschließend deine Kunden bzw. Kundinnen über das Kundenportal informieren, das heißt ihnen den Link zu senden. Der letzte Schritt liegt nicht mehr in deiner Hand, denn dein Kunde oder deine Kundin muss nur noch den Datei Download durchführen. Wir fangen mit dem ersten Schritt an, mit dem Aktivieren der Cloud-Speicher. Dafür gehst du in deine Einstellung unter Externe Cloud-Speicher. Wie du siehst, haben wir hier schon vier Cloud-Speicher angebunden. Auf einem dieser Cloud-Speicher musst du die Datei ablegen, die du deinem Kunden oder deiner Kundin zur Verfügung stellen möchtest. Wie das im Detail geht, kannst du auf unserer Hilfeseite nachlesen. Den Link verlinken wir dir unten in der Infobox. Hast du deine Datei im Cloud-Speicher abgelegt, kannst du in deine Artikelübersicht wechseln. Hier wählst du dir jetzt einen Artikel aus, dem du die Datei hinzufügen möchtest. Ob ein Artikel eine Datei hat, kannst du immer an diesem Symbol hier vorne sehen. Wir wechseln jetzt auch in diesen Artikel rein. Hier oben im Reiter Dateien kannst du neue Dateien hinzufügen bzw. die sehen, die du bereits hinzugefügt hast. Hier haben wir zum Beispiel eine Anleitung in unserer Dropbox hinterlegt. Sollte dieser Artikel in einer Bestellung vorhanden sein, dann sollte dein Kunde bzw. deine Kundin auch über diese Datei informiert werden. Das kannst du mithilfe vom Kundenportal machen. Das Kundenportal kannst du einrichten, indem du in deine Einstellung wechselst und in den Menüpunkt Kundenportal gehst. Hier kannst du allerhand Einstellungen vornehmen. Wichtig ist aber, dass du Datei Download aktiviert hast. Hier kannst du jetzt auch noch die Anzahl der Downloads pro Datei einschränken und auch wie lange deine Kunden und Kundinnen die Datei herunterladen können. Hast du dein Kundenportal eingestellt, so wie du das möchtest, musst du deine Kunden und Kundinnen noch über das Kundenportal informieren. Du kannst natürlich deinen Kunden und Kundinnen den Link zum Kundenportal immer manuell schicken. Den Link von einem Kundenportal findest du jeweils in der Bestellung. Wechselst du in die Bestellung rein. In den Reiter Nummern und Layouts siehst du hier unten immer den Link zum Kundenportal. Dieser Link ist individuell für die Bestellung generiert. Du kannst es natürlich aber auch mithilfe von Automatisierungsregeln ganz automatisch machen. Dafür wechselst du in deine Einstellung in den Menüpunkt Automatisierung. Jetzt musst du zwei Regeln anlegen. Die erste Regel ist dafür da, wenn eine Bestellung bereits im Bilbi vorhanden ist und diese Bestellung den Status bezahlt bekommt. Die zweite Regel ist dann dafür da, um den Link des Kundenportals auch zu versenden, wenn eine Bestellung bereits als bezahlt eingelesen wurde. Klickst du auf neu, kannst du die erste Regel einrichten. Die erste Regel ist dafür da, den Downloadlink zuzusenden, wenn die Bestellung auf gezahlt geändert wurde. Als Auslöser haben wir Bestellstatus geändert auf bezahlt und als Bedingung, die Bedingung Bestellung enthält Downloadartikel und enthält mindestens einen downloadbaren Artikel. Als Aktion haben wir Nachricht an Käufer bzw. Kunden senden. Hier haben wir jetzt einen Benachrichtigungstext hinterlegt, der den Platzhalter für den Link zum Kundenportal beinhaltet. Klickst du auf Speichern, ist diese Regel gespeichert. Die zweite Regel ist jetzt dafür da, um den Downloadlink zu versenden, wenn die Bestellung bereits als gezahlt eingelesen wird. Dafür haben wir den Auslöser Bestellung importiert gewählt. Bei den Bedingungen haben wir als erstes eine oder Verknüpfung gewählt und da dann die Bedingungen Bestellstatus einschränken, bezahlt und Bestellung hat Zahldatum, also hat ein Zahldatum gewählt. Es kommt immer auf die Shopverbindung an. Manche Shopverbindungen und Marktplätze übermitteln den Bestellstatus, andere wiederum ein Zahldatum. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du hier beide mit einer oder Verknüpfung hinzufügen. Als zweite Bedingung haben wir jetzt Artikel enthält einen bestimmten Text und eine SKU gewählt. Diese SKU ist in unserem Beispiel jetzt der Artikel, der einen Downloadartikel enthält. Alternativ kannst du auch die Bedingung Bestellung enthält Downloadartikel verwenden, so wie in der ersten Regel. Als Aktion haben wir dann wieder Nachricht an Kunden bzw. Käufer senden, so wie in der ersten Regel mit dem E-Mail-Text, der den Downloadlink bzw. den Link zum Kundenportal beinhaltet. Der letzte Schritt ist der, dass deine Kunden bzw. Kundinnen den Datei-Download durchführen. Der Kunde bzw. die Kundin benötigt keine Zugangsdaten, sondern lediglich den Link. Eine ausführliche Anleitung, wie du deinen Kunden und Kundinnen digitale Artikel und digitale Goodies zur Verfügung stellen kannst, findest du in unserer Hilfe. Den Link haben wir dir unten in der Infobox verlinkt. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, schau auf unserer Hilfe-Seite vorbei oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!